Foodtruck Market, da denkt man doch an Sommer, lecker Essen, gute Laune, schönes Wetter, es geht aber auch anders. Ich habe noch ein Barbeco, noch ein Barbeco machen wir hier in 36 Minuten. Ich habe noch ein paar Minuten rausgekommen. Das war der Street-Food-Markt im Parks. Durch das nicht ganz so schöne Wetter waren die Schlangen an den LKWs schön kurz und deswegen hat jeder ganz schnell sein Essen bekommen. Es gab innen auch ganz viel zu sehen, um zu essen und ich glaube, wir sind alle satt geworden.